Hallo Leute, hier ist er wieder, German Masterbrain und bald ist Halloween. Und was gehört zu Halloween dazu? Richtig, Hexen. Und um das geht es auch heute. Dingo Pictures hat einige Meisterwerke rausgehauen und eins dieser Meisterwerke werde ich euch heute präsentieren. Die kleine Hexe Arisha. Die kleine Hexe Arisha ist ein Animationsfilm aus dem Jahre 2005. Einer von vielen Dingo Pictures Filmen. Aber nicht irgendeiner Film. Laut Wikipedia ist das Dingo Pictures letzter Film. Also das letzte Mal schlechte Animationen, das letzte Mal schlechte Synchronsprecher und das letzte Mal schlechte Soundeffekte. Diese Geschichte soll glaube ich eine Anspielung an Bibi Blocksberg sein, weil die Hexe ist blond und es ist eine kleine Hexe. Und ich weiß es nicht, aber es könnte sein. Ich sage nur Vermutungen. Da gibt es zum Beispiel Szenen wie diese hier. Und auch Szenen wie diese hier. Und auch Szenen wie diese hier. Aber warum erzähle ich es doch so viel? Hier könnt ihr euch den Film ganz angucken. Glaubt mir, in den 27 Minuten werdet ihr mehr Schlechtigkeit sehen als in einem gesamten Uwe Boll Film. Das kann ich euch garantieren. So, das war es dann auch wieder mit German Masterbrain. Und ja, freut euch schon auf die nächste Ausgabe.